Bounce Jetzt bin ich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Minecraft. Und das ist erstmal keine Rückmeldung. Erstmal warten, erstmal warten. Also ich hab diese Welt jetzt schon... ...vor... ...gelb. Ist laut. Und jetzt lecken wir das schon gerade. Boah, ist das laut. Machst du nicht laut? Ich bin halt... ...signen Geräusche. Genau, das noch. So. Na, ich hab ein paar Mods drauf. Einmal die Mini-Map, Proxel-Map. Dann einmal den Error, also Winner halt. So many items werde ich auch nicht verwenden. Ich mein Toe-Tweaks, das ist das, wo man in der Tat öppen kann mit R, hab ich das glaube ich angestellt. Dann hab ich noch das mit dem Bäumchen da. Toe-Capitator heißt das glaube ich. Ich glaube das war's. Bin mir zwar jetzt nicht sicher, aber... Haupt-Design natürlich noch... Komm. So, jetzt kannst du auch gleich mit rein. Ach, meine Küste. So. Ach, das ist so. 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 Oh, wie siehst du? Darf ich halt den Baumbach noch mit? Ja. Und sterben. Komm. Anna darf sich nicht dücken. Oh. 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 Das ist die. Beziehungsweise, keine Ahnung, was man sonst tut. Weil ich hab das ein bisschen umgestellt. Ich mach das also so minimal. Minimink ist ganz praktisch. Ja. Brauch ich nicht hier. Wie denk ich? Kann man das erstmal hier? Oh, genau. 64. Oh. Oh, das geht schon. Erstmal so ein Anfangshaus. Oh. 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 Was ist noch ändern? Oh. Kann ich gar nicht? Entschuldigung. Die ganzen Animationen ausstellen oder sowas. Oder doch. Und jetzt... Das ist mal die Bergbank und die Hinten weg. Was ist da für mich? Ach Tür. Zwei Türen. Da muss schon... Ah, das ist jetzt ein 1.8, ok. Ich wusste jetzt noch, ob es in 1.7 auch schon vorher war, aber nein, ist es nicht. Was ist denn das jetzt? Hält. Na egal. Ach nee. Komm, ich will jetzt nicht meine Axt nehmen. So. Brauch ich nicht, brauch ich nicht. Ich brauch nicht, aber ich höre erst mal alles rein. So, jetzt sehe ich alles vor, was ich brauch. So. Äh, sieht doch nicht aus. Gut aus, aber... ...gibste ja halt jetzt gerade ein... ...Zack, zack. ...zack. ...zack. Es wird damit keine Monster rein kommen, mag ich so, hier. Außer wenn sie geschwimmen. Glas kann man nicht mehr abbauen, glaub ich. Ja. Es geht mal. Es geht mal. Es geht mal, das was sie da abbauen konnte. Vielleicht wird das dann rausgekommen ist. Ach man. Ähm. Hm. Erstmal mach ich mir den nicht sperrt. Achja, ich hab kein Holz mehr. Ah, sohle. Oh. Mach das so viel? Schau dir was auf ihr jetzt. Ne, geh runter. Ja. Der einzige Vorteil bei diesen Abbauen ist halt, dass... ...muss dich nicht so bewegen muss. Sonst ist es halt komplett sinnlos, kann man sagen. Wo ich hier weggehe... Ah doch, das sieht was. Wenn ich hier weggehe, mach ich das dann. H. 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 Die Kappel wählen. So. Das wirst du mir mal aussehen. So. Fertig. Naja, so, das sieht toll aus, aber. Hm, hm, jetzt weiß ich. So. Und kurz noch eine Brichung. Okay, ich bin zu mir schnell. Warte, bloß kurz einen Anruf. Hm, ne. Zeit, Zeit, Zeit. Warte. Nachholen. Hoffentlich schritten lassen. So. So. Einmal hier. Einmal hier. So. Einmal hier. Und einmal hier. Ach so, ja, ist die andere Tür. Okay. Hopp. 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 Jetzt muss ich das praktisch lassen. Was immer auf. Wie leicht, wie leicht immer ist. Ah, das war so. Ja, alles zu. Hm, das will ich mal machen. Schwerte. Ja, Schwerte. Schraubbewegung. 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 Ich muss aber auch nicht hier rausgehen. Wow, muss ich einfach machen. Genau. So passt das doch. Aber wo ist die Schulter, wie sie laut ist? Ähm... Sieht an Geräuschen... Gibt's ihn. Und schon bin ich da. Wo es hin wollte. Aber... Dann. Dann will er auch hin. Und jetzt ist ein Schwert gut. Er geht gut, es ist jetzt nicht, aber... Aber es ist ein Schwert. So, jetzt ist mal die Bühne. Und der Körner da. Ja, aber ich vergeben jetzt mal schnell danach. Ja, aber ich vergeben jetzt mal schnell danach. so Naja, da jetzt gerade Nacht ist, verstecke ich mich hier und weil ich jetzt nicht mehr bei mir zu sagen habe und sowieso vorbei ist, zeig ich dann bis zum nächsten Part von Minecraft. Bis!